So, let's go. So ist das gute Stück. Wir sind ja aus dem Urlaub zurück mittlerweile fast eine Woche, oder? Eine Woche? Nein, morgen eine Woche. Das Auto sieht aus unter aller. Muss man gewaschen werden, muss man innen ausgesaugt werden, abgestaubt, die Hundehaare entfernen und, 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 und. Harrison, das sind deine Haare, das sind meine Haare. Was machen wir zuerst? Opa abholen. Die Ilse ist auch immer auf dem Weg, oder was? Nein, die kommt da hin. Hallo, ciao. So, angekommen hier. Erstmal hier die Salinen, dieses Salzgrotten-Ding-mäßig. Und hier durch geht's direkt auf den Wurstmüll. Die habe ich noch gesehen, diese Riesen-Krabschen. Hier. Da. Aber wie funktioniert denn das? Ah, den kann man gewinnen, oder? Ja, da musst du mit so einer Schere anscheinend Starttopf loslassen, damit die Schere stopft und schneidet. Ach, den muss man da oben abstehen, heute auf dem Panel schlagen. Ja, ja, ja. Ach, guck mal, das ist die. Die Kremlins. Ja, den habe ich, glaube ich, noch zu hören, oder? Ja, super Mario. Ja, mach doch hier so einen Pils. Ja, ich überhaupt. Ein bisschen Breakdance, Breakdance. Wir haben alle noch ein bisschen zu früh da, ne? Halbe zwölf, zwölf haben wir. Und so, ein Stück Pizza wäre schon geil. Was kosten die Elf? Hey. So, ich hab wohl gerade aufgeklärt. Ich soll nicht nur die Kammer draufhalten, sondern ein bisschen was drüber erzählen. Das ist das größte Weinfass nördlich der Hemisphäre. Keine Ahnung, nein. Das ist einfach das größte Weinfass der Welt. Aber da ist ein Restaurant quasi drinnen. Das wollen die hier mittlerweile. Vielleicht kann man da noch ein paar andere Aufnahmen einspielen. Ein bisschen was aus Google klauen. Und wie gesagt, da steht auch 1,7 Millionen Liter Wein. Könnte da reinfitten. Wir haben ja zu viel in Betrieb. Aber das kommt halt. Ich hab brutalisches. Brutalisches vor dem Riesenrad hier. Der kleine darf mitfahren. Das heißt, dass wir dann zu viert hier jetzt hochfahren. also... Hey, ja... Das ist schrei. Super geschehen, ne? Ja, ja, super. Guck mal da unten. Du siehst, wie kann ich. So, wenn ich jetzt so in die Pfanne gucke, da geht es. Ja, aber bloß so die rechten, die ist nicht so gut. Du musst wieder übertreiben, oder? Ja. Jetzt raus. Es war schon ein grobes Erlebnis. Aber dann ging es, fünf Runden ist er gefahren. Fünf Runden. Wie hat es dir gefallen? Super. Muy bien. Was war da? Ich bin schon am Arsch, ne? Mach doch mal. Nein, nein. Mach dich doch mal ein bisschen locker her. Ja, ja. Jetzt geht Jenny wieder am zocken. Zeig mal. Und was muss man treffen? Das Rode. Den Rode Bum. Ja. Ja. So. Stell dich dann nur noch hier in die Lücke rein. Genau so. Okay. Und los. Ein toller Bretter. Neunmal. Und weiter noch ab. Sieben. Sechs. Vier. So. Schick, oder? Ja. Super. Danke. Gerne. Tschüss. 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 Ja. Ich werde das aber doch irgendwas an uns. Es muss weg. Gern? Ja. So. Ja. So. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja.